Oh mein Gott, 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 get it out! The ability for... Ich hab mich so erschrocken, Chat, dass ich auf meine Gabel gebissen hab. Das tut jetzt sehr weh am Zahn. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, ich hab ein Stück Zahn verloren von dem Stück, weil ich grad auf diese Gabel gebissen hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich merk's so sehr. Hier. Unten. Man sieht's nicht so krass an dem oberen Schneidezahn. Minimal, ja, wie schmeck's? Also ich spür's halt mit der Zunge. Das ist halt jetzt so ganz scharfkantig. Wenigstens ist die Gabel ganz. Oh mein Gott, ich hab noch nie was an meinem Zahn verloren. Das ist mein Ast oder Horror. Wegen Daily Dose, Junge! Wegen Daily Dose! Weil ich auf eine Gabel gebissen hab. Oh mein Gott. Ruf meine Mama an. Hallo? Mama, ich hab mir grad im Stream an der Gabel ein Stück von meinem Zahn rausgehauen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ja. Man sieht's nicht, aber ich merk's mit der Zunge an meinem Schneidezahn vorne. Und wie, man sieht's nicht. Ich schick dir ein Foto, man sieht's nicht so krass, aber ich spür's mit der Zunge. Antonia? Ja. Ich seh gar nix. Doch, unten links, ganz bisschen. Jetzt ruft die Eva noch parallel durch. Ist okay, ist okay. Hast du mich jetzt veräppelt? Nein, guck doch unten links am rechten Zahn. Also ich hab, du, ich hab jetzt eben gedacht, du siehst aus wie so ein Obdachlose, aber Gott sei Dank ja nicht. Nee, man sieht's nicht so krass. Okay Leute, ich geh jetzt auf. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt.